Wir sind an Tag 11 gelandet und ich wollte euch heute ein paar Fakten mitteilen. Ich habe ja ursprünglich gestartet, weil ich entgiften wollte. Mittlerweile hat es sich aber zu so einem kleinen, guten Selbstfindungstrip entwickelt, weil ich einfach so viele emotionale Erlebnisse habe und Zugriff auf mein Unterbewusstsein, würde ich das nennen, was wirklich sehr, sehr spannend ist. Die ersten drei Tage habe ich also nur Wasser getrunken und klare Brühe zu mir genommen. Und ab Tag 4 habe ich dann angefangen, mir meine Suppen selber zu kochen, davon auch nur das Klare zu mir zu nehmen, Wasser natürlich zu trinken und mir selber frische Gemüsesäfte zu machen. Ich mache morgens 15 Minuten Frühsport, barfuß im Garten bei uns. Es fühlt sich auf jeden Fall so an, dass ich abgenommen habe. Ich habe auch abgenommen, nämlich schätze ich mal 5 bis 7 Kilo. 14 Tage will ich es eigentlich machen, das wäre dann bis Dienstag. Mal gucken, ob ich da nicht noch weitermache. Also, macht's gut. Bis morgen.